Ja, jetzt läuft's ja. Man hört es. Man kann es leider nicht sehen. Okay, danach wieder, wenn die Programme wechseln, immer wieder auf Null drücken und dann aufmachen. Hier alles Wasser, alles nass. Ah ja. Hier ist schon Wasser gelaufen. Hier alles drücken. Ja. Genau. Und dann haben wir davon eben zwei Körben. Und das ist eben für die Waschmitteldosierung wahrscheinlich. Ja, das sieht gut aus, das Ding. Ja. 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 Ja.